Alkohol, wenn ohne Maßen. Wie kann Frau Morter verantworten, dass Deutschland letztendlich aus Gründen des Ansehens krankenwirksame Medizin verweigert? Das ist eine tolle Frage, weil... Nein. Cannabis legalisieren unterstütze ich ausdrücklich und das ist auch Fakt. Herr von Katz sagt, wenn du mal was brauchst, sollst du ihn anrufen? Ja. Die Drogen, die du nimmst, welche Vorteile hat das? Die haben vielleicht einen kurzfristigen Achteil, aber die haben langfristig nur einen Vorteil. Was ist dein Lieblingsmedikament? Ich habe Lieblingsmedikamente. Nein. Cannabis ohne Maßen. Was halten Sie denn für einen verantwortungsvollen Rausch? Also wie kann man den Leuten zum Beispiel einen verantwortungsvollen Cannabisrausch beibringen? Cannabis, wenn ohne Maßen. Warum ist Crystal Meth so ein geiles Zeug? Weil es geil ist. Warum ist Cannabis erlaubt? Alkohol ist verboten. 100.000 gegen null Tod im Jahr. Weil Alkohol ist eine illegale Droge. Aber ich genieße Cannabis. Und das ist auch Fakt. Ja, welche ist deine Lieblingsdroge? Genügend Cannabis so haben. Das ist für mich Luxus. Und Droge zugleich. Das war Good. Vielen Dank.